Hallo und herzlich willkommen zur 207. Folge von Bitcoin Verstehen, dem Podcast, bei dem wir versuchen, euch alles rund um das Thema Bitcoin einfach und verständlich näher zu bringen. Mein Name ist Manuel und jeden Sonntag dabei ist wieder Jonas. Hi Manuel. In dieser Folge haben wir Prof. Dr. Julia Peters zu Gast. Julia Peters ist Professorin für Wirtschaftspsychologie. Ihre Forschungsgebiete sind die Psychologie des Geldes, Konsumentenverhalten und Steuerpsychologie. Mit Prof. Peters sprechen wir über den Antrieb der Menschen, Geldvermögen anzuhäufen, auch wenn man bereits über ausreichend Geldmittel verfügt, über die Frage, ob Geld glücklich macht und warum dem Bargeld eine besondere Bedeutung zukommt. Außerdem sprechen wir darüber, wie sich Menschen in einer Krise verhalten, ob vor allem die jüngeren Generationen digitalen Vermögenswerten offener gegenüberstehen und wie vor diesem Hintergrund der digitale Euro einzuordnen ist. Liebe Grüße und ein großes Dankeschön gehen diese Woche erneut an unsere Patreons. Da wir auch diese Folge vorproduziert haben, können wir leider erneut keinen Topbooster verkünden. Wie schon die letzten Male holen wir das aber selbstverständlich nach. Mehr zum Thema Boosts und Value for Value könnt ihr unserer Folge 148 entnehmen. Weitere Informationen zu unseren Patreon-Mitgliedschaften findet ihr unter www.bitcoinverstehen.info. Und nun, wie immer noch, ein kurzes Wort zu den beiden Sponsoren des Podcasts und dann geht es auch schon los. Werbung Die meisten stellen sich ja irgendwann die Frage, wie man am einfachsten Bitcoin kaufen kann. Können wir da etwas empfehlen? Genau das ist der Punkt und für den einfachen und sicheren Kauf eurer Bitcoin können wir euch die Schweizer Bitcoin App Relay empfehlen. Damit könnt ihr nämlich ganz einfach eure Bitcoin kaufen und verkaufen und das Ganze ohne Registrierung oder Verifizierung. Dabei habt ihr die Wahl zwischen verschiedenen Zahlungsmöglichkeiten, wie beispielsweise Banküberweisung, Kreditkarte, Apple Pay oder Google Pay. Ihr kauft eure Bitcoin dabei direkt auf das in die App integrierte Wallet, sodass nur ihr im Besitz eurer Bitcoin seid. Und dank der einfachen Bedienung können wir Relay wirklich auch allen Einsteigerinnen und Einsteigern wärmstens empfehlen. Übrigens, mit unserem Rabattcode btcverstehen erhaltet ihr zusätzlich 0,5% Rabatt auf euren Kauf bzw. auf euren Verkauf. Jetzt stellt sich aber die Frage, was kann ich tun, wenn ich meine Bitcoin langfristig und sicher aufbewahren möchte? Und hier kommt unser zweiter Unterstützer ins Spiel, Bitbox. Dazu wird euch Jonas ein paar Informationen geben. Mit deren Hardware Wallet Bitbox02 könnt ihr dann eure größeren Bitcoin-Beträge langfristig und sicher aufbewahren. Durch die sehr einfache Bedienung und Einrichtung, den großen Fokus auf Sicherheit und den hilfreien Support bei euren Fragen ist die Bitbox02 für uns das perfekte Hardware Wallet. Und auch hier erhaltet ihr mit unserem Code btcverstehen 5% Rabatt auf eure Bitbox02 in der Bitcoin-Only-Edition. Wir haben euch nochmals alle Informationen zu Relay und zu der Bitbox sowie den Rabattcodes in der Episodenbeschreibung zusammengestellt. Werbung Ende Und jetzt wünschen wir euch viel Spaß bei unserer aktuellen Folge. Hallo Frau Professorin Peters, vielen Dank, dass wir die Zeit nehmen. Uns freut es wirklich wahnsinnig, dass Sie auch so schnell zugesagt haben. Ja gerne, freut mich auch. Hallo. Hallo. Sie sind ja Wirtschaftspsychologin, auch mit dem Schwerpunkt Finanzpsychologie und Sie beschäftigen sich vor allem mit dem Thema Bargeld, was wir Deutschen ja irgendwie für uns so ein Heiligtum ist im deutschsprachigen Raum. Und deshalb möchten wir, obwohl wir ein Bitcoin-Podcast sind, heute mal über dieses Thema sprechen, weil es ganz interessant ist, weil es ja doch ein bisschen in diese Richtung reinspielt. Bargeld ist was zum Anfassen, Bitcoin wiederum ist etwas komplett Digitales, was man eben nicht anfassen kann. Dann können Sie mir mal ganz kurz in zwei, drei Sätzen nochmal erklären, warum sind Sie auf das Thema Finanzpsychologie gekommen und vor allem dann auch warum das Thema Bargeld? Ja, danke, gute Frage. Also ich habe klassisch Psychologie studiert, habe mich aber dann im Bereich Wirtschaftspsychologie sozusagen spezialisiert. Also habe meine Doktorarbeit damals über das Thema Steuerpsychologie an der Uni Wien geschrieben. Und das hatte ja letztendlich auch schon irgendwie mit Finanzen zu tun und habe das immer interessant gefunden, ein im Grunde auf den ersten Blick trockenes Thema psychologisch zu beleuchten. Und dann merkt man eigentlich, wie viele interessante Dinge da drin stecken. Und die Psychologen würden ja sogar so weit gehen, dass eigentlich alles Psychologie ist. Also die gesamte Wirtschaft, die gesamte Börse ist letztendlich Psychologie. Und in den letzten, langsam auch kann man sagen Jahrzehnten, werden die Psychologen auch immer ernster genommen, auch von den Ökonomen. Also früher wurde das immer belächelt, hat man gedacht, ach die Psychologen da mit ihrem Larifari-Gerede und immer nur irgendwie so Einzelfälle sich anschauen. Uns fehlt der große Wurf. Wir hätten hier gerne mal eine Weltformel. Letztendlich sind die Ökonomen aber auch oft daneben gelegen. Also spätestens seit der Finanzkrise kamen sie dann sozusagen händeringend zu den Psychologen und haben gefragt, naja, warum sind denn die Menschen eigentlich so schwer vorhersehbar oder was ist denn da alles Irrationales im Menschen drin? Und das ist das, was wir also aus wirtschaftspsychologischer Sicht systematisch untersuchen. Und da ist eben auch das Thema Geld- oder Finanzpsychologie interessant, weil da eben ganz viele Aspekte sind, die mit diesem rein rationalen Konzept des Geldes, der Zahlungsfunktion gar nichts zu tun haben. Kann ich mir vorstellen, dass es spannend ist. Das ging uns auch so. Wir haben natürlich einen anderen Zugang, aber vor fünf, sechs Jahren hätten wir uns auch nicht vorstellen können, dass wir uns regelmäßig freiwillig mit Geld auseinandersetzen und jetzt ist es unser Alltag und macht extrem Spaß. Also es ist super spannend. Geld an sich ist für mich aber ein bisschen paradox irgendwie, weil wir haben auf der einen Seite Menschen, die bestrebt darin sind, möglichst viel Geld zu haben. Also sie möchten Geld einfach anhäufen. Auf der anderen Seite haben wir aber auch so fast schon Glaubenssätze, wie beispielsweise über Geld spricht man nicht, Geld verdirbt den Charakter. Wie passt das zusammen? Also gibt es eine Erklärung oder was würden Sie dazu sagen? Richtig, also Sie sprechen da schon unterschiedliche Motive an, die das Geld oder Geldverdienen beinhalten kann. Also zum einen gibt es diese rein funktionale Funktion, wo man sagen kann, naja, Geld ermöglicht mir einfach einen höheren Lebensstandard. Also sichert auch mein Überleben. Ich brauche einfach Geld, um sozusagen mir die Basics auch leisten zu können. Aber sobald wir das sozusagen erfüllt haben, darüber hinaus hat Geld eine ganz andere Funktion. Und das eine könnte sein zu sagen, ja, ich brauche Geld als Statussymbol, also ich brauche das, um mich irgendwie besser zu fühlen, um mich von anderen abzugrenzen. Für andere ist Geld wiederum wichtig, weil sie sagen, ich bin eigentlich sozial und möchte gerne dieses Geld anderen Menschen geben. Da gibt es auch Studien, dass Menschen eigentlich glücklicher sind, wenn sie Geld für andere als für sich selbst ausgeben. Solche Dinge andere finden einfach Geld beruhigend. Also nehmen das so als Sammlerobjekt, können da gar nicht genug haben. Also da gibt es ganz verschiedene bunte Motive und die sind, wie gesagt, bieten sich an, da psychologisch drauf zu schauen. Würden Sie dann sagen, weil Sie gerade das Wort glücklich genommen haben, macht Geld wirklich glücklich, auch wenn man viel hat davon? Das ist natürlich auch eine Frage, die sehr viele Wissenschaftler und auch Laien oder Journalisten beschäftigt, weil man das natürlich gerne wüsste. Und die schönere Antwort wäre ja, Geld macht nicht glücklich und wir glauben an eine gerechte Welt und man kann auch ohne Geld glücklich sein. Ganz so ist es nicht. Daniel Kahnemann, unser Nobelpreisträger, der jetzt leider kürzlich verstorben ist, der hat sich ja sehr früh auch mit dem Thema Psychologie, also Geld und Glück beschäftigt und hatte 2010 eine Studie herausgegeben mit Dieten gemeinsam, wo es um diesen Grenznutzen des Geldes ging. Also wo man gesagt hat, so ab einem Jahreseinkommen von ich glaube 75.000 Dollar hat sozusagen das Glück oder hat Geld sozusagen den Grenznutzen erreicht. Ab dem Betrag wird man nicht mehr glücklicher durch Geld, hat sich jetzt aber etwas revidiert, hat jetzt eine neuere Studie herausgegeben, wo es eben doch nicht so der Fall war. Also wo man herausgefunden hat, doch, doch, die Menschen werden schon noch glücklicher bis zu einem Betrag von 500.000 Dollar Jahreseinkommen. Also das ist so ein bisschen divers oder wird unterschiedlich diskutiert und beleuchtet. Natürlich auch dann die große Diskussion, was bedeutet Glück? Geht es um Lebenszufriedenheit? Geht es einfach um eine Beruhigung? Also das ist schon etwas schwammig, aber man kann schon sagen, der Nutzen, also dieses Glücksempfinden, das nimmt schon ab bei höheren Geldbeträgen. Das kennen wir auch unter dem Begriff Estalin-Paradoxon, wo man sagt, es ist jetzt hier kein linearer Zusammenhang zwischen mehr Geld und mehr Glück, sondern es nutzt sich ab. Also die Kurve wird zumindest immer flacher und das liegt einfach daran, dass wir diesen Unterschied zwischen sehr viel Geld und noch mehr Geld weniger intensiv wahrnehmen, als wenn wir gar kein Geld haben und etwas Geld. Also wenn ich gar kein Geld habe, dann freue ich mich über 10 Euro extrem stark. Wenn Sie jetzt aber 1.000 Euro haben und der Unterschied zwischen 1.000 und 1.010 ist jetzt vergleichsweise in der Empfindung sozusagen deutlich geringer. Und das spielt sich dann auch am Glücksempfinden ab. Zwischen 75.000 und 1.500.000 ist natürlich doch ein gewaltiger Unterschied. Das ist auch ein Unterschied, ja. Wie gesagt, das waren jetzt so die neuesten Studien. Also früher habe ich immer gerne die alten Studien referiert und gesagt, ja, da gibt es so einen Grenznutzen. Und das ist ja irgendwie auch ganz erfreulich zu wissen, weil das sind jetzt keine Beträge, wo man sagt, man muss da gleich auf der Vorbissliste stehen, um da irgendwie optimal glücklich zu sein. Also das war immerhin so ein Betrag, wo man sagt, ja, den kann man erreichen, natürlich auch mehr als das Durchschnittseinkommen in Österreich oder in Deutschland. Aber wie gesagt, die jüngste Studie sieht das etwas anders, aber es war ein US-amerikanisches Sample. Da hat es dann doch wieder auch viel damit zu tun, was Geld, wie man sich mit seinen Mitmenschen vergleicht. Also da hat es mit sozialen Vergleichen zu tun. Geht es auch gar nicht um den reinen Geldbetrag, wie reich ich bin, sondern wenn ich weiß, der Nachbar hat mehr, dann ärgert mich das. Und dann motiviert mich das auch wieder, hier noch mehr nachzulegen sozusagen. Ist das dann Ihrer Einschätzung nach die Hauptmotivation all derer, die deutlich über dieser Grenze leben, also auch über der 500.000-Euro-Grenze? Weil es gibt ja auch Aussagen, dass man letztlich dann nicht mehr mehr zum Leben bräuchte. Oder mir stellt sich die Frage, warum brauchen diejenigen eigentlich noch mehr? Also wenn ich jetzt eine Million, zwei Millionen, vielleicht sogar eine Milliarde auf dem Konto liegen habe. Selbstklar, das sind sehr wenige, aber all die Menschen sind ja immer noch motiviert, mehr Geld anzuhäufen. Ist das dann dieser monetäre Aspekt oder eher der unternehmerische Antrieb, einfach noch erfolgreicher zu werden? Ja, für manche ist es dann fast wie so eine Sucht, möchte ich sagen. Also da gibt es schon auch Persönlichkeitsunterschiede. Es gibt sicher auch einen Großteil der Menschen, die dann eben irgendwann auch zufrieden sind und sagen, irgendwo motiviert mich jetzt, mehr Geld verdienen gar nicht mehr. Manche aber, und da wundert man sich ja immer, die schon so viel haben, dass sie immer noch mehr haben wollen. Und das hat dann schon fast so etwas Spielerisches. Oder wie bei einer einer Sucht, dass man einfach immer mehr davon haben will und sozusagen immer dieses kurze Glücksgefühl, ich habe wieder etwas erreicht, dass das einen immer weiter antreibt. Aber es geht dann gar nicht mehr um das Geld an sich, also dass ich das brauche, weil der Tag hat ja nur 24 Stunden und ich kann ja jetzt nicht auf zehn Yachten gleichzeitig sozusagen herumfahren. Also da glaube ich, das hat dann nichts Rationales mehr oder auch nichts Nachvollziehbares, sondern da geht es eigentlich nur so um ein Mechanismus, ein Spiel oder um dieses kurze Glücksgefühl, was ich erreichen kann, dass Geld dann auch mit einem Erfolgserlebnis verbunden ist oder mehr Geld verdienen mit einem Erfolgserlebnis. Ja, das ist ganz interessant, mal über dieses allgemeine Thema Geld nachzudenken. Und ich glaube, da könnte man auch eine eigene Folge drüber machen. Aber bei uns ist auch so das Thema Bargeld natürlich, das spielt ja auch damit rein, weil ich meine, wir haben darüber gesprochen, gehabt nochmal mit Manuel vor der Folge, man kennt ja auch dieses, wenn man in der Serie schaut, einen Bargeldkoffer zum Beispiel. Das ist ja auch so ein Thema oder diesen gebündelt an Scheinen zum Beispiel. Da geht es ja auch in die Richtung Reichtum, weil das verbinden wir auch relativ schnell mit Reichtum. Aber was macht denn für uns, gerade im deutschsprachigen Bereich, würde ich jetzt mal sagen, fangen wir da mal an, was macht denn das Bargeld bei uns so besonders? Warum ist das so ein Mythos, der immer noch da ist und den alle haben wollen? Ja, gute Frage, mit der wir uns eben intensiv beschäftigen in den letzten Jahren. Wir haben jetzt auch gerade aktuell zwei große Studien mit der Deutschen Bundesbank laufen zum Thema Bargeld und Werte und Bargeld und Datenschutz. Und Bargeld hat, wie Sie schon sagen, viele Aspekte, die auch mit diesem traditionellen Verständnis zusammenhängen. Also wenn wir an Bargeld denken, Sie haben da gleich schon so Bilder genannt, dieser Bargeldkoffer, gibt noch ganz viele andere Bilder, der Klingelbeutel, wo man die Münzen oder der Münzwurf in einen Brunnen oder Geldgeschenke oder sonst was. Also es sind viele Dinge, die wir damit verknüpfen und die wir im Grunde auch nicht missen möchten. Also wo es uns eigentlich, wo uns auch etwas fehlen würde, wenn wir in einer bargeldlosen Welt das alles nicht mehr hätten. Also das ist sicher etwas, was gerade im deutschsprachigen Raum den Menschen wichtig ist, was eine auch liebgewonnene Traditionen sind. Und es ist auch so, dass Bargeld sich ja auch immer bewährt hat bis jetzt. Also wenn sozusagen Stromausfall ist oder wenn es eine im Ahrtal damals in Deutschland als die große Hochwasser war, da waren die Menschen ja eigentlich komplett mittelos. Es hat nichts mehr sonst funktioniert. Sie konnten auch keine Überweisungen tätigen und sonst was. Und dann kam sozusagen dann der Geldtransporter mit einem Bankomaten angefahren und dann konnten die Menschen zumindest irgendwie hier reagieren und sich irgendwie Geld besorgen. Also in Krisen sozusagen hat sich Bargeld auch an unterschiedlichster Stelle bewährt. Und das ist etwas, was auch tief verankert ist und warum wir das sozusagen nicht so schnell aufgeben möchten. Wobei, wie Sie sagen, es gibt hier so große Unterschiede interkulturell. Also im deutschsprachigen Raum ist es eben ein liebgewonnener, ein wichtiger Wert, der funktioniert hat, dieses Traditionelle. Ein anderer Aspekt ist aber auch immer der Datenschutz. Also den Deutschen, den Österreichern oder überhaupt im deutschsprachigen Raum ist Datenschutz sehr wichtig. Auch da zeigt eine Bundesbankstudie, dass über 50 Prozent als erstes Datenschutz nennen, wenn sie Argumente für Bargeld bringen sollen. Und das ist zum Beispiel etwas, was im skandinavischen Raum, wo ja Bargeld fast schon verschwunden ist sozusagen aus dem Alltag, nicht so ein wichtiger Aspekt ist. Also in Schweden zum Beispiel vertrauen ihre Regierung mehr als jetzt die Deutschen, wenn ich das jetzt so plakativ gegenüber stelle. Und sind auch sehr viel gewohnt oder sehr viel mehr daran gewohnt, sehr viel transparenter zu leben. Also sozusagen Einkommen einzusehen, ihre Daten zu teilen. Und da ist sozusagen dieses Argument, dass eigentlich Datenschutz nur im Bargeld zu finden ist oder diese Privatsphäre eigentlich nur über das Bargeld gesichert werden kann, dort nicht so schlagend wie bei uns. Wenn wir ein bisschen den Blick auf Deutschland richten, wie passt das für Sie zusammen, dass wir auf der einen Seite eine Welt haben, die immer digitaler wird und auf der anderen Seite, wie Jonas gerade gesagt hat und wir sie gerade bestätigt haben, vor allem die Deutschen hängen halt an diesem physischen, an diesem körperlichen. Wie passt das? Ja, es passt insofern ganz gut, als dass dieses Haptische, dieses Körperliche immer eine Sicherheit verspricht. Also eine tief verankerte Sicherheit. Sie kennen das, wenn Sie Angst haben, dann klammert man sich an etwas automatisch. Das ist nicht rational, das nützt mir nichts, wenn ich mich irgendwo festklammere in bestimmten Situationen. Aber das ist so ein Reflex, der mir irgendwie eine Kontrollillusion, eine Sicherheit verspricht. Und genauso dieser Effekt, den kann man auch im Grunde bei diesem haptischen Bargeld finden. Ganz interessant ist, dass wirklich weltweit Studien zeigen, dass immer nach Krisen der Bargeldumlauf gestiegen ist. Und das sich ja interessanterweise auch in allen Ländern, selbst in Schweden und selbst nach der Coronavirus-Pandemie, wo wir ja eigentlich eine Zeit hatten, wo Bargeld zurückgedrängt wurde, weil die meisten Menschen gar nicht mehr ihr Bargeld ausgeben konnten, weil man ja auf den Online-Konsum sozusagen beschränkt war. Und an der Supermarktkasse wollten Leute auch nicht, dass man Bargeld verwendet. Also im Grunde hätten wir sagen müssen, das hätte runtergehen müssen. Das Gegenteil ist aber erstmal passiert. Die Menschen haben noch mehr Bargeld abgehoben als zuvor. Sie haben das aber im Grunde gehortet, also als Wertaufbewahrung verwendet. Und das ist ein ganz interessantes, das spricht auch von einem Paradoxon, also was ist da denn passiert. Und das ist dieser Reflex zu sagen, ja, in Zeiten von Unsicherheit suche ich irgendeinen Halt, einen Halt im wahrsten Sinne des Wortes, und den bietet mir jetzt Bargeld eher als unbare Zahloptionen. Das ist auch so ein bisschen wie ein Härtentrieb dann, dass wenn alle das machen, meine Eltern haben das schon gemacht und meine Generationen davor haben das schon gemacht, deshalb mache ich das auch. Obwohl es vielleicht für mich, also für mich persönlich wäre das jetzt eher nicht so rational, weil für mich das Bargeld an sich, mal ganz salopp ausgedrückt, es ist einfach ein Geldschein, da steht eine Zahl drauf. Mehr ist es ja nicht. Wenn ich jetzt sage, wenn Sie sagen, das ist ein Goldmünze, würde ich sagen, okay, aber dieses Bargeld ist eigentlich nur ein 5-Euro-Schein. Ist da doch so ein bisschen so eine soziale Norm dabei, alle machen das, deshalb mache ich es auch? Ja, also ein Härtentrieb ist auch zu beobachten, wenn sich alle Menschen auf einmal anstellen am Geldautomaten, dann stellt man sich irgendwie auch an. Ich muss es bei mir selbst auch zugeben, als Corona-Pandemie jetzt losging, der erste Lockdown, irgendwie war mein Reflex, auch jetzt erstmal Bargeld abzuheben und ich hatte keinen Masterplan dahinter. Also es war jetzt nicht irgendwie total überlegt, ich sage, das war jetzt die kluge Strategie, sondern das war irgendwie so ein Reflex, ja, so, ah, da ist es irgendwie erstmal sicher. Und ich glaube auch gerade eben, wenn man andere noch beobachtet, die tun das auch, das haben wir auch bei anderen Konsumgütern erlebt, wo da gehamstert wurde und dann hat man gemerkt, oh, alle Leute kaufen jetzt irgendwie Klopapier, muss ich auch machen. Also das ist daneben nicht unbedingt rational, da ist man einfach in so einem Sog drin und denkt sich, orientiert sich unbewusst an der Masse. Und das ist eigentlich was wirklich, womit sich eben Wirtschaftspsychologen viel beschäftigen, dass wir ja in vielen Situationen zwar gerne kluge, rationale Entscheidungen treffen möchten, aber das nicht schaffen. Ja, weil wir gar nicht die Zeit haben, weil wir gar nicht alle Optionen kennen und weil uns das auch zu anstrengend ist. Wir sprechen immer davon, dass der Mensch ein kognitiver Geizhals ist, der drängt sich nicht mehr an, als er muss. Und in so komplexen Entscheidungssituationen und auch gerade Geld ist ja komplex und kompliziert und ich müsste mich damit viel auseinandersetzen, viel kognitives Kapital erstmal einsetzen, um mich damit klug zu befassen. Das ist für Menschen da sehr verlockend, einfach einfache Faustregeln, Hinweisreize zu reagieren. Und einer könnte sein, ich mache einfach das, was alle anderen machen oder ich nehme jetzt gerade das, was verfügbar ist oder ich lasse mich da schnell irgendwie von einfachen Reizen irgendwie überzeugen. Der Impuls ist ja auch nachvollziehbar. Also wenn ich Sorge habe, dass morgen die Regale leer sind, dann kaufe ich vielleicht noch ein bisschen was ein. Wenn ich sehe, hoppla, das machen alle, kaufe ich vielleicht noch ein bisschen mehr ein, dann nehme ich noch ein bisschen Bargeld, weil ich irgendwie die Idee habe, da noch immer Güter tauschen zu können. Aber ist es überhaupt der Fall? Also wäre es in der Krise so, dass man Bargeld noch verwenden würde oder würde man eher zu einem Naturaltausch übergehen? Weil ich sage mal, in einen Bargeldschein kann ich nicht reinbeißen. Wenn ich eine Konservendose gegen eine Flasche Wasser tausche, habe ich gegebenenfalls mehr davon. Gut, ja, das ist natürlich noch glücklicherweise theoretisch. Natürlich immer dieses Bild zu sagen, was ist mir in der Wüste irgendwie ein Geldschein, brauche ich jetzt das Wasser? Und das Wasser wäre ich in dem Moment bereit, eine Million auszugeben, wenn ich sonst verdurste. Also das ist klar, aber so weit sind ja die Krisen nun doch, zumindest hierzulande, noch nicht fortgeschritten. An anderen Orten der Welt leider wahrscheinlich schon. Und deswegen sind wir sozusagen noch nicht in dieser Situation gewesen. Aber zumindest ist sozusagen dieses Bargeld, also diese Haptik des Geldes doch noch etwas, was näher an diesen Basics zu sein scheint, als jetzt, wie gesagt, unbare Zahlungsmittel. Das heißt also, Sie würden auch sagen, dass da so ein bisschen, nicht nur diese Herrenbewegung, sondern auch das Wort Angst fällt mir gerade auch ein. Unter Angst werden wir Menschen wahrscheinlich einfach irrational handeln und einfach sagen, okay, ich muss jetzt irgendwas tun. Ich denke gar nicht großartig darüber nach, sondern ich mache einfach das, was vielleicht auch andere sagen, was andere mir vorschreiben oder was auch vielleicht vorleben oder was vielleicht auch die Medien vorgeben, dass ich das eben durchführe, obwohl ich gar nicht selber darüber nachdenke, ob das der richtige Schritt ist. Also so würde ich das vielleicht auch mal zusammenfassen. Genau. Und Angst ist wirklich kein guter Ratgeber und einfach so ein diffuses Gefühl, was uns im Gegensatz zu einer Furcht im Grunde unangenehm lehnt, sage ich mal. Also zum Beispiel eine Furcht hat evolutionsbiologisch auch einen Sinn natürlich. Wenn ich sage, ich fürchte mich vor einer giftigen Schlange, dass die mich jetzt gleich beißt, dann ist das ja sinnvoll zu sagen, ich gehe der aus dem Weg oder ich schütze mich oder ich fürchte mich vor einem Einbrecher, der jetzt kommt und der mich jetzt überwältigt. Also das sozusagen ist im Grunde auch rational, wenn man sagt, diese Furcht ist berechtigt. Eine Angst wiederum ist so in der Definition eben etwas Diffuses. Und das ist nicht gut, weil die oft so einen persönlich lähmt, oft auch ganze Gesellschaften lähmt und dazu führt, dieser unangenehme Zustand, den möchte man irgendwie beseitigen und tut dann aber Dinge, die nicht unbedingt rational sind oder logisch sind. Wir haben ja vor ein paar Minuten darüber gesprochen, dass eben Bargeld auch eine gewisse Tradition hat. Das hat die Großeltern-Generation gemacht, hat die Eltern-Generation gemacht. Bei mir war es so, mir wurde der Umgang mit Geld letztlich mit meinem Sparschwein beigebracht. Also ich habe im Monat, in der Woche ein bisschen was bekommen, habe es reingelegt und konnte dann schauen, kann ich mir jetzt, keine Ahnung, die Süßigkeit kaufen oder was auch immer ich kaufen wollte oder geht das eben nicht. Wenn wir immer weiter wegkommen vom Bargeld, stelle ich mir das schon schwierig vor, Kindern beispielsweise dann den Umgang mit Geld beizubringen. Also ist so ein Kinderhirn in der Lage, so einen irgendwo abstrakten, bargeldlosen Bezahlvorgang zu begreifen oder sehen Sie da auch eine Schwierigkeit, die gegebenenfalls auf uns zukommt, wenn Bargeld immer mehr in den Hintergrund rückt? Ja, da sprechen Sie auch ein wichtiges Thema an. Also aus entwicklungspsychologischer Sicht ist es noch gar nicht möglich, kleineren Kindern den Umgang mit Geld ohne Geldbezug, also ohne Haptik beizubringen. Denn kleinere Kinder können noch gar keine abstrakten Operationen vornehmen im Kopf und dementsprechend sind ja auch die Lehrpläne gestaltet. Also erst so ab dem Alter von zwölf kann man sagen, im Grunde erst ab dem Alter höherer Schulen, sind die Kinder in der Lage, Rechenoperationen vorzunehmen, wo sie jetzt keine konkreten Vorstellungen brauchen. Und wenn man das jetzt eben auf diesen Umgang mit Geld überträgt, dann heißt das ja auch, dass kleinere Kinder einfach nicht in der Lage wären, mit virtuellem Geld irgendwie zu hantieren. Und da sehen wir ja auch viele Beispiele, wo es jetzt auch schon gewarnt wird, auch im Internet, wie man Kinder davon abhält, dass sie jetzt da irgendwie unmöglich Unmengen Geld ausgeben, wenn sie da irgendwie die Verbindung zur Kreditkarte vom Vater oder von der Mutter haben. Da hatte ich auch so einen Fall, wo mir ein Vater erzählt hat, dass sein Kind im Internet irgendwas gespielt hat, Broisters und irgendwelche Goldmünzen gekauft hat. Und auf einmal kamen dann die Kreditkartenabrechnungen in drei Umschlägen, weil das so viel war, dass sie gar nicht in einen gepasst hat. Und das Kind hatte ununterbrochen Geldbeträge ausgegeben, drei bis fünf Euro und hatte dann am Ende eine Rechnung von über 2000 Euro ja zusammengesammelt. Und wie Sie sagen, das wäre nicht passiert, wenn das Kind das jetzt aus dem Sparschwein hätte schütteln müssen. Also da sehen wir einfach, dass wir einfach noch gar nicht, als kleines Kind bin ich noch gar nicht in der Lage, mit Geld umzugehen. Und da braucht es natürlich Konzepte. Wenn ich jetzt an einer bargeldlosen Welt arbeite oder wenn ich das auch in Schweden zum Beispiel, schauen wir uns das immer an, wie funktioniert das dort. Bis jetzt gibt es dann meines Wissens noch kein Konzept. Also auch schwedischen Kindern wird noch sozusagen physisch mit der schwedischen Krone, der Umgang mit Geld beigebracht. Wie gesagt, wenn das verschwinden sollte, wann ich nicht glaube im Euroraum, dann braucht man auf jeden Fall überzeugende Konzepte. Also auch wieder ohne Bezug zur Haptik wird das nicht funktionieren. Und können wir Erwachsenen das auch einordnen in diese Richtung? Also ich kann mir vorstellen, die einen sagen, es gibt ja häufig diese Aussage, ja ich habe lieber das Bargeld, weil ich das Bargeld aus meinem Geldbeutel nehme im Storbenmarkt, fällt mir das schwerer, als meine Kreditkarte aufzulegen. Also geht es bei uns genauso, dass wir diese digitalen Zahlen, die wir auf dem Girokonto haben und eben das Bargeld im Geldbeutel gar nicht so richtig vergleichen können? Das ist auch ein interessanter Punkt. Also ganz oft kommt so diese Ausgabekontrolle als Argument für das Bargeld, auch bei Erwachsenen. Die sagen, ja ich habe da einen besseren Überblick. Es schmerzt auch mehr, wenn ich das Geld so hergebe, dann bin ich da doch noch gehemmter. Also meistens ist es auch so, dass die Menschen sagen, ja kleine Beträge zahle ich schon gern mit Bargeld, auch wegen der Kontrolle größere Beträge, wo ich mich selbst rechtfertigen muss, die mich schmerzen. Die zahle ich dann lieber irgendwie mit Kreditkarte, weil dann ist das auch so ein diffuser Kaufschmerz sozusagen. Also ich vertage das dann irgendwie auf die Abrechnung und muss mich jetzt nicht so direkt rechtfertigen. Also auch interessant, was da im Grunde im Kopf passiert. Da ist die Theorie der sozialen oder der mentalen Bruchführung von Richard Taylor interessant, der so sich damit beschäftigt, wie wir Geldbeträge verbuchen. Eigentlich vollkommen irrational, dass wir uns im Supermarkt aufregen, wenn die Butter 20 Cent mehr kostet und vielleicht noch in den nächsten Supermarkt gehen. Wenn wir aber eine größere Investition tätigen, jetzt ein Auto kaufen, dann würden wir jetzt nicht nochmal ins andere Geschäft gehen, wenn das Auto da 10 Euro billiger wäre. Also das heißt, wir sind da im Grunde irrational, weil alles zusammen ist ja unser gleiches Konto und im Grunde fehlt uns das Geld ja, also es fehlt ja der gleiche Geldbetrag, aber wir verbuchen das anders. Und das liegt daran, dass wir so einen Trick anwenden. Wir haben so verschiedene mentale Konten im Kopf, für die wir bereit sind, Geld auszugeben. Also wir haben ein Konto für alltägliche Einkäufe, für Urlaubsreisen, für Versicherungen und so weiter und wir budgetieren anders. Und wenn das eine sozusagen ausgegeben wird oder da das Budget erschöpft ist, dann können wir auch in diesem Bereich sozusagen nichts mehr investieren. Umgekehrt ist es auch so, dass wir ein Budget haben für Kreditkartenabrechnung. Wir sagen einfach, ja, da wird einfach alles hingeschoben und das ist sozusagen dann verlockend zu sagen, wenn ich jetzt in einer Situation bin, wo ich mir etwas kaufen möchte, was ich mir vielleicht gar nicht so leisten können sollte, dass ich das erstmal irgendwie vertage. Also insofern, wie Sie sagen, ist auch Bargeld oft ein ganz gutes Instrument, um besser zu haushalten, um sich hier sozusagen ehrlicher mit Geld umzugehen. Und man empfiehlt es ja auch gerade Jugendlichen, wo es jetzt oft die Problematik gab, die dazu tendieren, sich stark zu verschulden, eben über solche Anbieter wie Klana oder so, wo sie jetzt irgendwie buy now, pay later, dass man ihnen doch sagt, sie sollten wieder mehr Geld haptisch abheben und in Umschläge verteilen und im Grunde genau diese Methode anwenden, wie Sie gesagt haben, mit dem Sparschwein als Kind, um da sozusagen besser, realistischer zu haushalten. Würden Sie sagen, dass es zugenommen hat, dass sich die Menschen eher Dinge kaufen, die sie sich eigentlich nicht leisten können? Und wenn es so sein sollte, was wäre die Ursache dafür, Ihrer Meinung nach? Das ist sicher auch eine große Frage und das hat sicher schon zugenommen dadurch, dass wir einfach viel mehr mit viel mehr Kaufreizen umgeben sind, als das die Generationen vor uns waren. Also wir sind ja so vielen verschiedenen Kanälen Reizen ausgesetzt. Das ist gerade dieses Influencer-Marketing insbesondere, was natürlich für jüngere Generationen ziemlich starken Impact hat. Also ich sehe das an meinen eigenen Kindern. Die haben oft irgendwie Ideen, was es so gibt, wo ich immer denke, ja, das kommt ja gar nicht in der Fernsehwerbung. Woher wisst ihr denn das? Und dann sagen die, die schauen natürlich nicht mehr Fernsehen, sondern die haben alle möglichen anderen Kanäle, wo Dinge irgendwie präsentiert werden. Und das hat sozusagen den schon stärkeren Effekt, dass ja sehr viel Marketing betrieben wird, dass man sich identifiziert mit den Personen. Also dass man Gleichaltrige hat, die vorgeben, das ist der Lebensstandard und so lebt man einfach. Und ich glaube, dieser Druck auch, der hier aufgebaut wird, der ist vielleicht ein anderer, als wenn jetzt sozusagen eine sterile Werbung von oben auf einen einprasselt. Also da wird schon viel vorgedaukelt, was so üblich ist und was man haben sollte. Und da haben wir schon sicher eine Tendenz, in den letzten Jahren zu verzeichnen, dass sich gerade junge Erwachsene dazu tendieren, mehr zu verschulden, weil aber auch das Ganze salonfähiger geworden ist. Also früheren Generationen war das im Grunde immer so ein Makel, man macht oder die Tugend war eher so zu sparen. Und in den letzten Jahrzehnten kann man schon sagen, mit dieser Null- oder Niedrigzinspolitik wurde eigentlich immer propagiert, sein Geld möglichst zu investieren, auszugeben, eben nicht zu sparen, weil das dumm ist im Grunde. Und das wurde aber oft damit verwechselt, auch Konsumschulden zu machen, ja. Und Konsumschulden sind natürlich auf andere Seite Investitionsschulden. Also insofern ist da einiges in Schieflage geraten. Und ja, ich glaube, diese Tendenz, dieser Zeitgeist, einfach mal mehr auszugeben und sich mehr zu leisten, als man hat, der hat schon ziemlich um sich gegriffen. Ja, wir haben ja, glaube ich, in Deutschland einer der höchsten Raten an Spargeld oder einfach ein Sparguthaben, die einfach so auf dem, ich sage es mal in Anführungszeichen, einfach auf dem Sparkonto liegen, die ja nicht jetzt gerade mit Inflation ein Problem bekommen irgendwann. Und dann haben sie dann das Gefühl, dass es weniger wird mit der neuen Generation, dass die dann sagen, nee, ich lege jetzt nicht das Geld zur Seite, sondern ich gebe das aus, ich investiere das Ganze, weil wir zum Beispiel in Deutschland ja doch immer noch eine relativ geringe Aktienquote haben. Könnten wir da einen kleinen Wandel sehen oder geht es auch trotzdem so weiter, dass wir auch wir jüngere Generationen lernen, okay, unsere Eltern haben immer noch das Sparbuch gehabt, da machen wir jetzt erstmal weiter, weil das ist ja jetzt auf den ersten Blick sicher, weil Investieren ist immer gefährlich und risikoreich. Also da gibt es sicher einen Wandel. Ich habe jetzt leider keine aktuellen Zahlen parat. Müssen wir mal schauen, wie sich da die Sparquote so weiter verhält. Früher war das immer so, dass die Europäer relativ hohe Sparquoten hatten und im US-amerikanischen Raum das sozusagen sehr viel niedriger war oder auch sozusagen da die Mentalität war, immer investieren. Ja, man hat auch schon frühzeitig Kredite vergeben an Menschen, die ja überhaupt nicht kreditwürdig nach europäischen Vorstellungen gewesen wären. Also da hat sich sicher einiges jetzt schon verändert, weil einfach jetzt die Menschen merken und ich merke ja auch, also auch dieses Hantieren mit Aktien ist schon gestiegen. Das war bis jetzt immer noch ziemlich, wie Sie sagen, zurückhaltend, aber inzwischen, ich glaube, da waren schon Zahlen, das hatte ich denn letztens, waren das nicht doch schon 60, 70 Prozent der Generation Z, also der jüngeren Generation, die doch schon mit Aktien irgendwie Erfahrung gemacht hat. Da müsste man nochmal genauer schauen, jetzt keine falschen Zahlen nennen, aber das hat mich da wieder überrascht, dass es doch inzwischen ziemlich viele sind, die doch auf diesen Trichter auch gekommen sind. Und das liegt natürlich auch daran, dass es einfacher geht ja, dass es auch inzwischen natürlich sehr benutzerfreundliche Apps gibt, wo man das irgendwie auch einfach umsetzen kann. Und dass sich das schon langsam auch durchsetzt, zu sagen, naja, da hat man doch unterm Strich bis jetzt immer profitiert, wenn man da ein bisschen kreativ war und eben jetzt nicht auf das alte Sparbuch vertraut hat. Zumal das Sparbuch ja nun die letzten Jahre ja wirklich eigentlich ein, ja, nicht gerade die beste Wahl war, um sein Geld zu vermehren. Kann man so sagen. Würden Sie sagen, dass es dann der rationale Teil des Gehirns ist, der gerade die Generation Z dazu veranlasst, sich mit Kapitalanlage auseinanderzusetzen? Oder ist es eher diese Gamification, das Zocken, der Wunsch nach schnellem Reichtum, dass es eher in die Glücksspielrichtung geht? Ja, beides. Also ich denke, Geld ist grundsätzlich ein Thema, was man ja rational angehen sollte. Und wenn man, da gibt es natürlich immer eine Diskrepanz zwischen dem, oder soziale Erwünschtheit, wenn man Menschen fragt, ja, wie gehst du denn an deine Geldplanung oder Finanzplanung heran? Dann würden die meisten wahrscheinlich sagen, ja, ich mache das natürlich ganz überlegt und hole mir da Informationen ein und so weiter. Ob das dann tatsächlich der Fall ist, aus den besagten Gründen, ist fraglich. Und deswegen boomen ja auch diese Finfluencer so im Moment. Also es gibt ja extrem viele, die sich da auch irgendwie kleine Seminare anbieten oder Videos anbieten, wie man schnell zu Geld kommt. Und das auch auf spielerische, leichte, coole Art irgendwie erklären. Also ich glaube, das Bedürfnis, sich hier besser auszukennen, weil das ist ja ein Thema, was auch schon seit Jahrzehnten gefordert wird. Mehr Finanzbildung. Wir haben jetzt gerade eine große Studie mit Laue durchgeführt letztes Jahr, wo wir auch tiefen Interviews mit jungen Erwachsenen geführt haben. Und die allermeisten haben sich gewünscht, dass sie mehr Finanzbildung bekommen, haben das auch vermisst in der Schule, im Elternhaus. Also ich glaube, dieses Thema, das ist schon da, dass man sagt, man muss sich besser auskennen. Aber die Bereitschaft, sich da jetzt wirklich auf den Hosenboden zu setzen, sich mit vielen Analysen zu beschäftigen, die ist wahrscheinlich doch noch sehr, sage ich mal, zurückhaltend. Und wenn es da jetzt Optionen gibt, das easy spielerisch vermittelt zu bekommen, ich glaube, dann ist da doch die Nachfrage groß. Haben Sie in diesen Forschungen und in diesen Umfragen dann auch bei den jüngeren Generationen mal nachgefragt, eben wie die gegenüber diesem Bargeld stehen, also gegenüber einer Bargeldabschaffung oder auch theoretisch auf der anderen Seite, denke ich mal, digitale Werte? Es ist jetzt egal, was, ob es das Girokonto ist, ob es ETFs sind, ob es vielleicht auch Bitcoin oder Kryptowährungen sind. Haben Sie das auch mal nachgeschaut, ob da es einen Wandel gibt im Gegensatz zu einer älteren Generation? Ja, also das schauen wir jedes Mal, wenn wir Repräsentativbefragungen machen oder auch sonst, manchmal haben wir auch spezielle Studien mit Fokus auf diese jüngeren Generation, Generation Z. Und hier gibt es signifikante Unterschiede. Also was das Bargeld angeht, sind die älteren Generationen deutlich affiner als die Jüngeren. Also bei den Jüngeren ist es schon so, dass die Hälfte, weil jetzt befragen 50 Prozent, sich schon vorstellen könnten, aufs Bargeld ganz zu verzichten. Bei den Älteren sind es sehr viel weniger. Was aber nicht heißt, dass jetzt die Jüngeren das aktiv abschaffen wollen. Ja, also es würde jetzt keiner irgendwie dafür wählen, das abzuschaffen, weil man gibt ja nicht freiwillig irgendwas her, was da ist. Aber sie würden das eben nicht mehr so stark vermissen. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass sie mit den Zahl Alternativen aufwachsen und die auch schon sehr viel vertrauter empfunden werden. Also für die Älteren, die haben noch Berührungsängste. Ja, die würden eigentlich ganz wenige wirklich mit irgendwie mit der Smartwatch zahlen wollen. Oder auch Kryptos sind in den älteren Generationen ganz selten verbreitet, vor allem auch als Zahlmethode. Bei Jüngeren ist da sozusagen die Berührungsangst nicht so groß. Die beobachten das auch, wachsen ganz anders auf und das wird sich sicher noch ganz stark verändern, auch in Zukunft. Also wenn Kinder ihre Eltern dabei nicht mehr beobachten, wie sie Bar gezahlt haben, dann werden sie das auch nicht tun und das auch nicht vermissen. Und bis jetzt ist es schon noch so, dass wir alle, also auch die jüngeren Generationen zumindest ihre Eltern noch dabei beobachten, wie sie auch Bargeld verwenden. Wenn das sozusagen verschwindet, dann kann das sein, dass es einfach aus dem Fokus rückt, dieses Bargeld. Und was ich nicht vermisse oder was ich nicht kenne, das werde ich auch nicht vermissen. Also das ist sozusagen dieser Effekt, der gesehen wird und deswegen auch immer für die Bargeldbefürworter. Es ist jetzt ganz wichtig, den Jugendlichen auch diesen Wert des Bargelds mitzugeben und auch diese Attribute, die positiv sind, hier auch immer wieder am Leben zu halten. Wenn wir mit Leuten über Bitcoin sprechen, auch mit Leuten aus verschiedenen Generationen, stellen wir halt häufig fest, dass wir natürlich die Vorteile darlegen müssen. Und dann kann man relativ einfach sagen, naja, eine Transaktion ist schnell, eine Transaktion ist günstig, es ist ein hervorragender Wertspeicher, wenn man ein bisschen auszoomt zumindest und die Volatilität, die kurzfristig zweifellos gegeben ist, ausklammert. Und trotzdem ist es dann so, dass es bei manchen Menschen eben dazu führt, dass sie sagen, ja okay, sehe ich alles, sie gehen auch mit in den Argumenten. Aber für sich dann trotzdem zu dem Ergebnis kommen, mag sein, aber für mich ist es nichts. Ist jetzt egal, ob das Bitcoin ist oder irgendeine andere Kapitalanlage, was geht bei den Menschen vor im Kopf? Ist es dann die Angst, dass sie für sich denken, na, es hört sich fast zu gut an, um wahr zu sein? Oder was ist die Ursache? Eine Sache ist sicher, dass sie es nicht verstehen, ganz einfach. Und was ich nicht kenne und dass es auch nicht vertraut ist. Also was ich nicht kenne, das lehne ich erst einmal intuitiv ab. Und was ich nicht verstehe, auch irgendwie, das ist zu kompliziert. Und das ist für mich sozusagen bedrohlich. Das ist im Grunde auch etwas, was in uns verankert ist, dass wir das Fremde erstmal irgendwie von uns wegschieben. Und das, was wir kennen, irgendwie lieber mögen, auch weil das auch kein rationaler Prozess ist. Und ich glaube auch bei Bitcoin zum Beispiel ist ja insofern ganz klug, man hat ja immer dieses Symbol der Goldmünze, wenn man an Bitcoin denkt. Man hat ja zumindest eine optische Assoziation dazu. Und das ist sicher auch der Grund, auch marketingtechnisch, wenn man das so sagen kann, dass Bitcoin vielleicht wirklich auch am bekanntesten, natürlich auch die älteste Kryptotokens, aber auch letztendlich wahrscheinlich auch dadurch irgendwie am bekanntesten, dadurch, dass man doch zumindest sich irgendeine Vorstellung hat. Bei anderen Kryptotokens weiß man es gar nicht, da hat man diese Symbole eben nicht vor Augen. Also insofern glaube ich schon, wir brauchen da so Brücken, weil das uns einfach darin unterstützt, in unserer, sage ich mal, auch geistigen Trägheit damit zurechtzukommen. Aber es wird sich hier sicher einiges tun. Also wenn das natürlich insgesamt sozusagen immer salonfähiger, wenn auch viel mehr Menschen da irgendwie involviert sind, wenn man darüber mehr spricht, dann nimmt das auch sozusagen seine, nicht den Schrecken, aber so diese, dann wird es vertrauter. Und was mehr vertrauter ist, das mag ich auch lieber. Und interessant in dem Zusammenhang ist eben auch jetzt die Diskussion um den digitalen Euro, also das digitale Zentralbankgeld. Da hatten wir letztens eine Befragung unter Studierenden und das hat mich auch überrascht, weil das Thema Datenschutz ja auch immer ein Argument zu sagen, wir brauchen ein staatliches Pendant zum Bargeld, also oder ein unbares Pendant zum Bargeld, weil als Staat, als EZB bin ich im Grunde in der Lage, die Daten zu schützen. Und das können jetzt Zahldienstleister wie PayPal oder andere eben nicht garantieren. Oder im Gegenteil, die nutzen die Daten zu wirtschaftlichen Zwecken. Und wenn ich aber jetzt junge, erwachsene frage eben, würde man einem digitalen Zentralbankgeld mehr vertrauen, was den Datenschutz auch angeht, oder lieber den bestehenden Zahldienstleistern, dann würden 60 Prozent ihrer Daten lieber diesen bestehenden anvertrauen als einem digitalen Zentralbankgeld. Das hat mich überrascht und ich glaube, weil das dieser Wert sozusagen nicht so bleibt, das liegt einfach daran, dass man das noch nicht kennt, dass es den digitalen Euro noch nicht gibt und alles, was noch unbekannt ist, das lehnt man erst einmal ab. Und für viele sind diese bisherigen Player am Markt schon vertraut und man ist eigentlich schon, ja, man vertraut auch auf diese Funktionalität. Und wie gesagt, das Vertraute hat immer einen ganz, 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 ganz starken Vorteil gegenüber dem, was unbekannt ist. Und bei den Kryptos ist das eben auch der Fall. Man hört ja häufig auch die Aussage in dem Zusammenhang, dass ich, wie Sie schon gesagt hatten, das Bargeld kann ich anfassen und bei allen anderen Dingen, bei Kryptowährungen, habe ich ja nichts, was ich anfassen kann. Das ist einfach nur eine Zahl auf meinem Handy oder auf meinem Online-Konto. Können wir Menschen überhaupt das einordnen, zwischen dem, ich habe jetzt hier einen 10-Euro-Schein vor mir liegen und dann eine 10 einfach als Zahl auf meinem Girokonto, weil das doch für viele auch so ein bisschen ein Problem ist, dass sie vielleicht das unterschiedlich werten. Ich habe einen 10-Euro-Schein, ich habe 10 Euro auf dem Girokonto. Können wir das im Kopf zusammenbringen, dass es eigentlich das Gleiche ist? Richtig, also das erfordert wieder mehr geistigen Aufwand und wie ich vorhin schon gesagt habe, das können, sollten Erwachsene schon hinbekommen, theoretisch von ihren Fähigkeiten. Aber es erfordert eben mehr Anstrengung und tatsächlich ist es wirklich so, dass wir bares Geld, gibt es auch Experimente dazu, wo man irgendwie die Wahl hat, es wird einem irgendwas gut geschrieben auf dem Gutschein oder man bekommt das Gleiche in die Hand gedrückt, etwas weniger. Da sind die Menschen bereit, lieber etwas weniger, also den Spatz in die Hand zu bekommen, wahrsten Sie das Wort, als irgendein Versprechen. Also hier gibt es sicher auch diese natürlichen Reflex, zu sagen, ja, das, was ich erst mal habe, Geld in die Hand nehmen, das ist erst mal mehr wert und da bin ich auf der sicheren Seite. Das andere, also diese Übertragung, diese Ersetzung des Haptischen durch etwas Digitales, hat natürlich immer mehr mit Vertrauen zu tun. Also ich muss an dem System vertrauen, was dieses sozusagen gewährleistet und das muss sich erst einmal aufbauen. Und wenn das sozusagen etabliert ist, also wir haben ja da schon auch viel Vertrauen aufgebaut, was digitale Transaktionen angeht. Also wir haben die wenigsten, haben Probleme jetzt irgendwie ihre Kreditkarte zu verwenden oder Geld zu überweisen, weil glaubt man schon, dass das funktioniert. Aber eben immer, wenn neue Player am Markt sind, die müssen sich erst mal diesen Vertrauensvorsprung erarbeiten. Und die Entwicklungsrichtung ist natürlich immer von dem Haptischen, von dem Bekannten, dass das sozusagen ein Vorteil ist und alles andere muss sich erst einmal anstrengen, in der Wahrnehmung auch sich gut zu platzieren. Sie haben ja gerade den digitalen Euro angesprochen. Wenn wir den digitalen Euro vergleichen mit Bargeld, dann stellen wir fest, naja, der digitale Euro hat eigentlich nichts davon, was Bargeld hat. Hat weder die Tradition, hat die Körperlichkeit nicht, hat das Vertrauen nicht. Der Umkehrschluss wäre ja, dass man sagen müsste, naja, vermutlich wollen die Menschen jetzt eher Bargeld als den digitalen Euro. Aber was müsste man machen, um den Menschen den digitalen Euro dann schmackhaft zu machen? Weil die Idee ist ja schon, dass man so ein Gegenstück hat zu den von ihnen genannten Unternehmen, wie beispielsweise Paypal oder Klana. Die EU will ja den Fuß in die Tür bekommen. So ist zumindest unser aktueller Erkenntnisstand. Was müssen wir da tun? Ja, wobei die Richtung ist eigentlich schon zu sagen, man präsentiert ihn eher als digitalen Zwilling zum Bargeld. Also der Ausgangspunkt ist schon das Bargeld. Und der digitale Euro soll schon die Attribute haben, die das Bargeld hat, soweit wie möglich, sozusagen nur noch eine Alternative bieten, die eben auch am Puls der Zeit ist. Und wo man auch gerade auch die jüngeren Generationen sagen kann, es gibt hier immer noch ein staatliches Pendant. Also ich bin jetzt nicht gezwungen, wenn ich Bargeld nicht mehr verwenden will, auf private Anbieter zu setzen, sondern es gibt hier etwas, was sozusagen kostenfrei, also zumindest für den Nutzer, angeboten wird und auch alle Vorteile bietet, die das Bargeld auch hat. Alle Vorteile kann natürlich etwas Digitales nicht bieten, also diese haptischen Aspekte nicht. Aber natürlich beim Datenschutz, da wird ja daran gearbeitet, hier auch wirklich überzeugende Lösungen zu bieten, dass jetzt sozusagen Daten geschützt werden. Wobei, wie gesagt, da ist noch ganz viel Überzeugungsarbeit zu leisten. Also da haben die Menschen auch in meiner Erfahrung, auch was unsere Befragung angeht, extreme Angst, dass sie ihre Daten jetzt mit dem Staat teilen. Also es ist ihnen lieber, sie teilen die Daten mit irgendeinem Unternehmen als mit dem Staat. Wie gesagt, beabsichtigt ist es meines Wissens nicht. Im Gegenteil, also die EZB möchte hier eigentlich eine Lösung bieten oder erarbeiten lassen, die jetzt diese Daten auch schützt. Ein weiterer großer Aspekt und auch ein Argument für das Bargeld ist ja immer die Inklusion. Also jeder kann partizipieren und man braucht kein Bankkonto. Und das ist sozusagen das, wo auch der digitale Euro ansetzt. Er muss für jeden zugänglich sein. Und da wird auch noch an Lösungen gearbeitet, ob man so eine Art wie so eine Telefonkarte hat, die man da sozusagen, wo man das aufladen kann oder wie auch immer das umgesetzt wird. Aber das ist sicher etwas, wo der digitale Euro eine überzeugende Lösung braucht. Denn nur dann sozusagen passt es auch an dieses ganze Konzept, dass ich hier niemanden ausschließe. Das heißt also, der digitale Euro müsste wesentlich besser sein, als die Eigenschaften, die jetzt wir gerade als Bargeld haben. Damit die Menschen wirklich von sich selbst aus sagen, das mache ich jetzt. Weil ich würde zum Beispiel, also beim Datenschutz würde ich ehrlich gesagt nicht mitgehen, weil das Problem ist, beim Bargeld habe ich den Datenschutz ja schon eingebaut, weil es gibt ja nicht. Wenn wir uns beide treffen oder zu dritt treffen und machen eine Transaktion, kriegt das auf jeden Fall niemand mit. Und ich kann das dann schon verstehen, dass die Menschen sehr große Angst davor haben, dieses Vertraute zu haben, okay, irgendwie der Staat ist ja trotzdem mit drin, irgendjemand muss das überwachen möglicherweise. Und beim Bargeld habe ich es einfach schon eingebaut. Deswegen glaube ich auch, dass die Menschen möglicherweise da Angst haben, dass das Bargeld abgeschafft wird und weggenommen wird. Also das ist ja nicht der Plan bis jetzt derzeit. Wir haben ja gesagt, das ist eine Alternative. Ist das auch so ein Punkt, der mit reinspielt, diese Angst zu haben, mir wird was weggenommen, eine Möglichkeit, eine Funktion, irgendwas, was ich bis jetzt mein Leben lang gekannt habe, wird mir plötzlich weggenommen und ich muss etwas anderes nehmen jetzt. Ja, also die Verlustangst ist immer sehr viel größer als die Freude, etwas Neues zu gewinnen. Das ist auch eine Lehre aus der wirtschaftspsychologischen Prospect-Theorie von Kahnemann Tversky. Kahnemann, unser Nobelpreisträger, der jetzt gerade verstorben ist kürzlich, hat eigentlich auch da sehr viele Experimente dazu gemacht, dass wir Menschen einfach sehr viel sensibler sind im Verlustbereich. Also wenn wir etwas hergeben müssen, das schmerzlos wäre, als dass wir uns freuen, wenn wir etwas Neues hinzugewinnen. Und das kann man im Bargeldbereich auch beobachten. Also wir geben ungern etwas her, was wir schon kennen, was wir lieb gewonnen haben. Und da können noch so viele Optionen auf der anderen Seite angeboten werden. Die werden das sozusagen, diesen Verlust, dieses Verlustgefühl nicht wegmachen können so einfach. Aber was nochmal den digitalen Euro angeht, also es ist überhaupt nicht beabsichtigt, dass das Bargeld dadurch verdrängt wird, aber die Angst ist da. Also diese Angst ist bei den Menschen irgendwie da. Die denken, ja, das ist jetzt so der erste Anfang vom Ende. Und das ist, wie gesagt, nicht beabsichtigt. Im Gegenteil, es soll eigentlich das Bargeld noch stärken. Man könnte auch sagen, dieser digitale Euro wäre so ein digitaler Botschafter für das Bargeld und erreicht noch vielleicht Zielgruppen, die sonst mit Bargeld gar nicht mehr in Berührung kämen. Aber wie gesagt, da wird es viel auch auf das Marketing, auf diese Überzeugungsstrategie ankommen, das auch so zu vermitteln. Sie haben ja vorhin bei den Aktieninvestments gesagt, dass die Generation Z deutlich aufgeschlossener dem ganzen Gegenüber steht. Haben Sie da Erfahrungswerte, wie es gerade mit dem digitalen Euro aussieht? Also ist es da so, dass die jüngere Generation dem eher zugewandt oder abgeneigt ist im Vergleich zu den vorausgegangenen Generationen? Oder ist die Skepsis letztlich gleichermaßen gegeben oder nicht gegeben? Die ist noch ziemlich hoch, auch unter den jüngeren Generationen. Aber wie gesagt, das sind jetzt immer Momentaufnahmen. Und das hat der Fehler mit dem Wissensstand auch zu tun. Also weil die meisten vielleicht schon mal irgendwie gehört haben, aber sich mit dem noch gar nicht beschäftigt haben und das einfach noch nicht kennen. Und wie gesagt, was ich nicht kenne, das lehne ich erstmal automatisch ab. Aber interessant hier, was diesen Datenschutz angeht, also da doch irgendwie die Angst, auch bei den Jüngeren zu sagen, naja, ich möchte irgendwie nichts mit dem Staat teilen. Und nicht, dass sie da in irgendeiner Akte irgendwas von mir aufscheint. Also das ist schon das, was jetzt sozusagen auch generationsübergreifend bei den Jüngeren vielleicht sogar noch stärker ausgeprägt ist, weil die einfach noch am Anfang ihres Arbeitslebens stehen und da sozusagen auch darauf angewiesen sind, dass sie hier eine weiße Weste haben. Und wenn wir jetzt vielleicht so als Abschluss in die Richtung gehen, was würde es denn, also machen wir mal das Szenario auf, was würde es denn für Deutschland wirklich bedeuten, wenn wir das Bargeld abschaffen? Einerseits das Kind, das hatten Sie ja schon angesprochen. Wenn wir Richtung Schweden gehen, dieses Thema, okay, wie können Kinder damit umgehen, das Thema Datenschutz, man nimmt das etwas weg. Glauben Sie, dass wir Deutschen das wirklich so mitnehmen würden? Oder würde das da wirklich schon auch gerade politisch ein bisschen zu einem Problem kommen, wenn jetzt wirklich jemand kommen würde und sagt, wir gehen jetzt den Weg von Schweden zum Beispiel. Also könnten wir das überhaupt machen in Deutschland? Das ist die große Frage. Also wir könnten das nicht machen, weil es gibt ja eine Bargeldannahmeverpflichtung und es gibt nur gewisse Ausnahmen sozusagen, wo das nicht gilt. Zum Beispiel im Flugzeug, dass da irgendwie aus bestimmten Gründen also die Bargeld nicht angenommen werden muss. Aber ansonsten geht das ja nicht. Also immer Supermärkten, die das versucht haben, sind ja da sozusagen zurückgewiesen worden, weil es halt diese Annahmeverpflichtung gibt. Und insofern, wie gesagt, rechtlich ist es nicht möglich. Und es wird auch, solange die Mehrheit, also Bargeld ist ja nun etwas für die Menschen und solange die Mehrheit sich das auch wünscht, warum sollte das sozusagen verdrängt oder abgeschafft werden? Da gibt es ja dann höchstens einzelne Lobbyisten, die davon profitieren könnten. Aber insofern ist das sozusagen, wo das nur mal etwas für das Volk ist, muss natürlich auch hier dem Wunsch nachgekommen werden. Und ich glaube, in Deutschland wäre der Aufschrei auf jeden Fall, was da passieren würde. Also was passieren kann, sind natürlich, dass es weniger Geldautomaten gibt, dass es sozusagen so langsam ausgeschwemmt wird, wie in Schweden einfach. Und dass es einfach so aus dem Wahrnehmungsfokus verschwindet. Aber wenn man jetzt aktuell aktiv irgendwelche Aktionen starten würde, das Bargeld zurückzudrängen, gäbe es sicher einen größeren Aufschrei, als es den in Schweden geben würde. Das glaube ich schon einfach aus den genannten Gründen. Aber wie gesagt, in Zukunft kann sich das schon alles etwas drehen mit. In den nachfolgenden Generationen. Aber es ist auch wichtig und vielleicht da auch abschließend, Bargeld ist schon trotzdem auch ein Krisengeld. Also ein Retter in der Not, kann man sagen. Denn wenn wir wirklich uns vorstellen, wir hätten das Bargeld nicht und es gäbe irgendeinen Blackout oder irgendetwas, wir wären ja wirklich aufgeschmissen. Also insofern denke ich schon, dass man hier auch immer diversifizieren muss. Und warum sollte man eines dieser Zahlmöglichkeiten abschaffen, die im Grunde ihre Vorteile hat, sich bewährt hat, berechtigt ist. Also im Grunde genommen würde man sich da ja auf einen unsicheren Pfad begeben, den man gar nicht beschreiten muss. Sehr schön. Dann würde ich sagen, Sie haben das Abschlusswort schon gegeben. Das Bargeld ist sehr spannend. Wir haben jetzt eines gelernt darüber, zwischen dem einen Seite digitalen Wert, digital Welt, wo es langsam hingeht, in der Neugeneration. Auf der anderen Seite eben im deutschsprachigen Bereich, die das Bargeld ist immer noch so als ein bisschen, ja was Heiliges fast schon, würde ich sagen, in den Hand haben. Die ist einfach, ich habe was in der Hand. Und ich glaube, da könnte man noch einiges darüber sprechen. Und es wird auch interessant im digitalen Euro, haben Sie angesprochen. Und deswegen würde ich sagen, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Es war sehr spannend, Ihre Inhalte und auch die Gedanken und auf einmal Ihre Forschungsergebnisse immer ein bisschen mitzubekommen. Und vielen Dank, dass Sie die Zeit genommen haben. Ich freue mich, vielen Dank für das Interesse. Auch von meiner Seite vielen Dank. War sehr ausschlussreich. Schön, das freut mich. Dann wünschen wir Ihnen weiterhin viel Erfolg. Dankeschön. Ihnen auch. Danke. Tschüss.